Liebe Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, liebe Mitglieder des Ausschusses für Finanzen. Eventuell hängt da noch ein Titel hinten dran an Finanzen. Weiß ich nicht, ist mir egal. Also, hiermit bekommen diverse Stadträte von euch, manche auch doppelt, per E-Mail und per Kopie, CC. Und ehrlich gesagt auch ein paar Leute in Blindkopie, die ich aber eben in Blindkopie setze, sodass ihr nicht mitkriegt, wer es kriegt. Ich grüße euch also, liebe Stadträte und Mitglieder von diesen zwei Ausschüssen. Ich war anwesend am 21. April 2021, als die damaligen Mitglieder des Wirtschaftsförderungsausschusses einen Beschluss gefasst haben. Und zwar ging es um die Vergabe einer Rahmenvereinbarung zum Kauf von Antigen-Schnelltests, und zwar Selbsttests für Laien. Ich habe seinerzeit die Vorlage im Ratsinfo gesucht und auch gefunden. Allerdings, weil es um eine Vergabe geht, konnte ich die Details nicht sehen und musste mich also auf das verlassen, was ich innerhalb der Sitzung erfahren habe. Weil ihr, liebe Stadträte, ja auch verpflichtet seid, zu schweigen über solche Verträge. Und das respektiere ich. So, also, was steht denn in der Niederschrift? Da steht drin, die Stadtverwaltung geht von 6.500 Schnelltests pro Woche aus. Und das über einen Zeitraum von ungefähr 30 Wochen. Das macht in Summe ungefähr 195.000 Tests mit einem Volumen von bis zu 585.000 Euro. Die Grenze, bis zu der die Stadtverwaltung ohne eure Zustimmung entscheiden darf, liegt bei 500.000 Euro. Also, diese Grenze wurde gerissen, und zwar ziemlich sicher, nur deswegen, weil die Rahmenvereinbarung von Mitte Mai bis Mitte November ging, also sechs Monate. Und weil man von 6.500 Tests ausging und weil man damit wohl auch die Eigenbetriebe und städtische Tochtergesellschaft mit einbezogen hat. Also, die Vorlage war so groß, dass der Wirtschaftsförderungsausschuss darüber zu befinden hat, und das hat er auch getan, und zwar mit 15 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung. All das kann man im Ratsinfo bzw. in der Niederschrift nachlesen. Ich war, wie gesagt, anwesend. Ich weiß also, wer zugestimmt hat, und ich weiß auch, wer sich enthalten hat. Diese Person sei hiermit ganz ausdrücklich und ganz lieb gegrüßt. So, jetzt habe ich also im Ratsinfo nachgeguckt und habe gefunden, das Wort Antigen kommt genau einmal vor. Es scheint also so zu sein, dass es keine Fortsetzung dieser Rahmenvereinbarung gibt. Und warum nur? Hm, keine Ahnung. Vielleicht, weil jetzt PCR-Tests verpflichtend sind? Und weil ihr die Impfbereitschaft erhöhen wollt? Super Sache. Ich habe weiter geguckt im Ratsinfo. Nächste Woche tagt also nicht nur am 10. der Wirtschaftsförderungsausschuss, sondern am 8. November schon der Finanzausschuss. Auch dort wird man im Ratsinfo fündig. Man muss dazu die Niederschrift, die Einladung runterladen, weil es sind nicht öffentliche Tagesordnungspunkte, weil beratend in erster Lesung. Darunter findet sich ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler, der also erreichen will, dass Schnelltests auch zukünftig kostenlos verfügbar sind, damit alle Menschen an allen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen teilnehmen können. Ach ja, sage ich nichts zu. Und ein weiterer Antrag von der Fraktion der Dissidenten. Ich habe mal nachgeguckt. Dissident. Ein Synonym für Dissident ist Querdenker. Und Querdenker war bis vor kurzem noch was Gutes. Und jetzt ist es so, dass ich gar nicht unbedingt ein Querdenker bin. Wisst ihr was? Ich bin ein Selbstdenker. Und wenn ich mir den Antrag der Dissidentenfraktion durchlese, dann steht da sinngemäß Folgendes drin. Der Oberbürgermeister soll die Schnelltests also nur noch für Geimpfte übernehmen. Also die Kosten soll die Stadtverwaltung übernehmen. Und für die Ungeimpften sollen die Tests obligatorisch werden, wenn sie zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen wollen. Und wisst ihr warum? Die Dissidenten denken sich, damit könne man die Impfbereitschaft erhöhen. Diese Impfbereitschaft, die eigentlich gar nicht nötig ist, weil es gibt ja keine Impfpflicht und schon gar keinen Impfzwang. Und von daher ist das doch eine freiwillige Sache. Warum muss man da eine Bereitschaft erhöhen? Ich kann euch sagen, das Video wird jetzt noch ein bisschen länger, als ich ursprünglich gedacht habe. 99,9% aller Dresdner unter 80 haben diese überaus tödliche Krankheit bis jetzt überlebt. Nach 20 Monaten, 99,9, ich glaube 937, über 80, sind es dann tatsächlich nur 98,2% der Menschen in dieser Altersgruppe, die diese Krankheit überlebt haben. Ihr seht also, ich leugne nicht, dass es Corona gibt. Ich leugne nicht, dass es eine Krankheit namens Covid-19 gibt. Was ich kritisiere, ist der Wahnsinn, der von Politik und Medien veranstaltet wird, um eine Impfung durchzukriegen, die nur eine Notzulassung hat. Notzulassung? Keine reguläre Zulassung? Ihr macht gerade ein riesen Menschenexperiment mit. Ich weiß, ihr seid Teil der Exekutive, ihr seid kein Parlament, das gesetzgeberische Kompetenzen hat, ist mir alles bewusst. Ich bin großer Fan der repräsentativen Demokratie und ich achte sämtliche legitimierten, demokratisch legitimierten Volksvertreter. Ihr habt eine große Bürde zu tragen, respektiere ich, geschenkt. Aber was hier gerade abgeht, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Und da ihr mir meine Fragen bzw. meine Hinweise zur letzten Stadtratssitzung, die ging an alle 70 Stadträte. Keiner von euch 70 hat reagiert. Keiner. Und das könnt ihr auch gerne machen. Und genau deswegen habe ich diverse Personen, darunter auch recht bekannte Journalisten, in Blinkkopie gesetzt und ich nehme dieses Video auf. Wir werden also sehen, ob ihr mich als Bürger und interessierten, sehr interessierten Bürger der Stadt Dresden weiter ignorieren wollt. Das könnt ihr gerne tun. Es steht euch frei. Ihr seid ja freie Menschen und ihr habt ein freies Mandat und ihr habt keine Fraktionsdisziplin. Ihr seid nur eurem eigenen Gewissen verantwortlich. Genau. Und das bin ich auch, weil ich ein freier Mensch bin. Und deswegen drücke ich euch alle ganz lieb und wünsche euch viel Spaß dabei, mich weiter zu ignorieren. Es wird mir ein Fest sein. Die Zeit wird euch einholen und dann werdet ihr im Zweifelsfall die Konsequenzen tragen müssen und im Zweifelsfall auch eure gerechte Strafe bekommen. Und wenn es nur das Abwählen durch den Souverän ist. Ich küsse und ich drücke euch, ihr lieben Stadträte.